Du hörst Hoffnungsbildschiff mit Walter Niefeld. 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 Und wenn wir schuld aufgeladen haben, dann hat er uns unsere Schuld vergeben. Er ist ein Gott der uns lebt mit so einem großen Leib, dass er uns viel wunder zu tun in unserem Leben, aber wir dürfen auch in seinem Namen für andere beden und dadurch hat er dann auch wunder. Gott, du beste Gott, die wunderdeet. Und dir, Jesus Christus, Heilung und er wird Leben haben. Amen. Das wird eine Produktion von Jesus Responde im Mundo de hoy. Töp, wie der Name Jesu gerade schreibe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns uña info arroba jesusresponde.com Und dir, Jesus Christus, Heilung und er wird Leben haben. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!